alle warten wir mal bis alle sitzen ja was gut kommen so rin können raus gucken nicht gut schade sind da denn noch so viel ich fange jetzt einfach an also ich finde schön dass ihr alle hier seid und so zahlreich erschienen seid ich habe euch die kleine präsentation zum thema bildoptimierung mitgebracht im groben und ganzen großen und ganzen soll es darum gehen abzufragen welche bildformate benutzt man bei welchem anwendungsfall also grafik foto logo whatever oder sollte man verwenden nach möglichkeit wie kann man diese optimieren und was gibt es für implementierungs möglichkeiten dann auf der website also sowohl der schritt vor der implementierung als auch die implementierung selber soll in dem vortrag abgefrühstückt werden vorher kurz zu mir ich bin lucas 24 jahre mag fußball kommen aus köln und bin frontend developer und designer und eigentlich habe ich eine andere hautfarbe wie da aber das ist der beamer vorab die frage also stellt man die frage warum soll ich meine bilder optimieren die kurze und schlüssige antwort darauf ist weil geld wir alle wollen irgendwie geld verdient beziehungsweise dafür sorgen dass unsere kunden geld verdienen weil die geben uns geld damit wir denen ihr geld vervielfachen und durch optimierte bilder zum einen lädt die seite schneller also man hat pluspunkte in sachen usability weil seite lädt schneller finden die menschen im zweifelsfall besser und wenn man gerade mit dem handy in der u-bahn sitzt und nur 3g hat dann ist das relativ ungünstig sie so ein 2 mb header bild runter zu ziehen gleichzeitig finden das nicht nur menschen gut sondern vor allen dingen auch google und dann ist das seotechnisch auch nicht so ganz schlecht dann kriegt man mehr traffic und mehr traffic sind mehr potenzielle kunden mehr potenzielle kunden sind hoffentlich mehr richtige kunden und das ist dann wiederum mehr geld also machen wir das alles weil geld ich habe schon kurz gesagt im ersten möchte ich über grafik formate sprechen welche verschiedenen formate gibt es warum was sind die vor und nachteile und was ist vor allem der anwendungsfall indem man diese verwenden sollte ich denke das sind die schlüssigsten oder die die gängigsten formate die die meisten von euch kennen man hat man hat pngs jpegs ab und an sieht man wahrscheinlich noch gifs oder auch des öfteren und was man öfter sieht ist eine svg also die einbindung von einer svg datei grundsätzlich unterscheidet man erstmal ein raster grafik formate das sind die ersten drei genannten das kann man sich so vorstellen wow eigentlich sind die bilder schärfer aber da werden halt in raster grafik formaten werden bildpunkte nebeneinander gereiht in einem grid also in einem raster und am ende entsteht dadurch ein bild das sieht man immer wenn man rein zoomt dann werden die pixel immer größer und es wird unscharf und unschön das zweite wird der zweite grundsätzlich formate sind vector grafik formate ein beispiel wäre der svg es gibt auch noch irgendwie eps ai also es gibt formate ohne ende die funktionieren grundlegend anders weil dort nicht bildinformationen in form von pixeln hinterlegt werden die in einem raster angelegt werden sondern formen werden durch mathematische weiß das dann formeln beschrieben also man sagt zum beispiel da ist ein quadrat an stelle x und y ist so und so breit und so und so hoch und dann wird das einfach berechnet das schöne an den dingern ist die skalieren kannst du unendlich skalieren die werden nie unscharf das ist eigentlich das schönste an den teilen und die sind relativ klein meistens genau kurz zu den pngs die pngs ist ein verlustfreies datenformat spricht wenn man sich beichert werden nicht grundsätzlich informationen über das bild verloren gegangen bei der kombinierung unterstützt transparenz kann bis zu 16,7 millionen farben abbilden und ist am besten also sehr gut geeignet zur darstellung einfacher zweidimensionaler grafiken also wenn man irgendwie logo hat oder also irgendeine grafik sei es ich habe beispiel dabei da ist ein png super für geeignet da ist auch der die komprimierung bei pngs funktioniert bei der bei solchen art von motiven besonders gut und entsprechend kommen möglichst kleine bild dateien dabei raus dann gibt es das jpeg das ist im gegensatz zum png verlust behaftet das heißt immer wenn man ein jpeg abspeichert wird es komprimiert und es gehen daten verloren also wenn man ein jpeg ganz oft abspeichert würde theoretisch jedes mal ein stück weit date verloren gehen unterstützt im gegensatz zum png keine transparenz deswegen ist das zum beispiel sehr unpraktisch wenn man irgendwie ein logo als jpeg einbindet und da ist eine freie form hinter weil dann ist es dahinter immer weiß das ist nie gut außer man steht auf dem weißen header aber hat eine wesentlich bessere kompression als png dateien bei fotomotiven entsprechend sollten wir das bei fotorealistischen motiven einsetzen was das auch tatsächlich ganz gut kann sind farbverläufe habe ich irgendwie gemerkt so bei ein paar benchmarks aber prinzipiell fotorealistische motive weil farbverläufe kann man eigentlich auch über andere dinge als bilder ganz gut steuern oftmals zumindest im web dann gibt es das gif format das graphics interchange format das ist ebenfalls verlustfrei die besonderheit an dem ganzen ist dass es animierbar ist das kennen die meisten wahrscheinlich irgendwie von facebook whatsapp whatever diese gifs wo dann einfach quasi wie so kurzfilme kann man sich das ganze vorstellen das ist eine besonderheit gleichzeitig ist ein gif aber auf 256 farben beschränkt was es dann wiederum zur darstellung von ernsthafter grafik von mehr also vor allem von fotorealistischen motiven nicht so richtig gut geeignet macht weil das sind meistens deutlich mehr und sieht dann einfach schräg aus prinzipiell kann man es aber trotzdem zur darstellung einfachste zweidimensional grafiken verwenden das funktioniert die bild dateien sind auch unwesentlich größer als die von pngs prinzipiell ist das png aber kleiner und sollte deswegen verwendet werden aber das gift tötet keine katzenbabys im normal fall und dann gibt es svg das steht für scale able vector graphics ich habe schon gesagt man kann es ohne ende skalieren es ist immer voll also ohne qualitätsverlust und das besonders cool an svg dateien ist dadurch dass das vom format her ist das ein xml format man kann das beliebig per css javascript oder smil das ist die animations sprache von svg dateien selber animieren und editieren und damit machen was man möchte und ich habe es geschrieben ist prinzipiell noch mal eine kleinere dateigröße zu erreichen als mit vergleichbaren png dateien deswegen sollten wir svgs immer dann verwenden wenn wir zweidimensionale grafiken haben und eine svg datei vorliegen haben es passiert im workflow öfter dass wir halt einfach eine png bekommen und es auch keine svg datei mehr dazu gibt weil der grafiker hat das früher damals gemacht und ist seitdem vier mal vor den bus gekommen und hat das format einfach nicht mehr bild ist weg genau kurz einschub beim svg dateien kleiner security alarm dadurch dass svg offene dateien sind können die javascript ausführen was potenziell eine sicherheitslücke sein kann weil die beliebigen javascript ausführen können deswegen wenn man sich es gibt ja genug irgendwie icon libraries und co wenn man sich dann svg auf die seite zieht sollte man entweder vorher einmal in den code reingucken ob da nicht irgendwas passiert was äußerst dubios aussieht und dafür sorgt dass mir alles kaputt geht oder man bin jetzt einfach in dem image tag ein wie andere bilder auch weil dann kann kein javascript aus dem image tag heraus ausgeführt werden dann hat man die problematik einfach nicht also entweder checken oder als image einbinden wenn man es aber editieren möchte ist mit image einbinden wieder doof genau das kann dann entweder so aussehen ich hab's mal also entweder ganz normal als image man legt eine source hin fertig dann kann nichts passieren das gegenbeispiel wäre so dass man die es den svg code einfach mit ins html markt abpackt dann würde von der darstellung her genau dasselbe passieren nur in dem moment kommen wir halt mit css und javascript ran das sind die zwei grundlegend verschiedenen möglichkeiten svgs einzubinden kann man sehr charmante dinge mitmachen weil man halt immer nur eine datei laden muss und die also man muss gar nix laden es ist kein request der gemacht werden muss das kann ganz normal gerendert werden ähm genau das waren die die ja bitte ach so nochmal ich war verwirrt weil er auch noch gesprochen hat nein dann müsste es nicht ausgeführt werden also wenn es als background grafik ist es normalerweise eine statt es nur wenn quasi direkt da drin ist dann kann es ausführen was es möchte genau ähm neben den vier bildformaten gibt es aber auch webp ich weiß nicht wer von euch da schon mal drüber gestolpert ist sind ein paar das ist gut bitte gestolpert genau das ist ein bildformat was relativ neu ist was von google mitentwickelt wird ähm was halt quasi der nachfolger von png und jpeg und co werden soll im content kontext web einfach weil es von der kann besser komprimiert werden es werden noch kleinere bild dateien ähm damit ja erzeugt am ende des tages ähm und das schöne ist inzwischen ist der browser support dafür ziemlich gut die einzigen die es nicht können ist natürlich der wunderbare safari und der wunderbare edge unsere liebsten browser ähm das ist aber insofern kein problem als dass wir gleich sehen werden wie man eine webp datei hinterlegen kann bild und dann als fallback jeweils eine jpeg oder png oder whatever hat ähm ja genau webp kann beides besser prinzipiell kann webp beides besser das ist doch das schöne man muss sich dann keine gedanken mehr machen ist das jetzt für mich ein png oder jpeg sondern man macht es als webp raus und gibt ihm ja bitte prinzipiell schon also es besteht kein prob also es besteht absolut kein risiko es einzubinden wenn man es mit einem fallback macht und dann spricht da prinzipiell auch überhaupt nichts gegen also der browser support ist super es ist nur ie 11 und safari aber bei denen habe ich auch die hoffnung aufgegeben also man muss es doppelt hinterlegen genau im arbeitsaufwand ist es weil es ist ja definitiv mehr da muss man ja sich damit abfinden aber vom produkt her ist es am ende besser wenn man halt das kleinere bild hinterlegt und man kann da also ich habe also ich habe es schon öfter jetzt eingebunden ist es durchaus ein unterschied also da sind dann irgendwie png dateien oder jpeg dateien die vorher um die 300 kilobyte haben die kriegt man damit auf 130 140 kilobyte runter was dann halt wenn man jetzt nicht gerade irgendwie mit seiner dsl leitung im büro sitzt durchaus ein unterschied ist also mir passiert es andauernd dass ich kein datenvolumen also kein highspeed datenvolumen habe am ende des monsts ich weine wenn da so große bilder sind ich verfluche jeden und alles und da ist es halt schon ganz schön wenn man dem nutzer entgegenkommt und es ist halt einfach flotter also am ende des tages ist das auch wieder seo und wie gesagt ist es einfach schön und man muss sich nichts merken deswegen habe ich die die übersicht von eben mal ein bisschen angepasst und sagt jpeg und webp für fotos und den rest für grafiken und bei den grafiken ist es so wenn ich ein motiv als svg habe dann sollte also ist es gut als svg einzubinden weil die von der dateigröße am besten sind und ja webp ist kleiner als jpeg im normalfall und ja das ist so quasi erstmal der der grobe rahmen in dem wir uns bewegen und daran sollten wir uns orientieren transparenz kann davon alles aus der jpeg jpeg ist halt nicht transparent ja bitte das kommt jetzt ich bin bestens vorbereitet genau dann gibt es noch den sonderfall dass es photoshop im zweifelsfall sogar genau wenn es animiert sein soll dann muss es halt svg sein und es gibt halt noch diesen anwendungsfall gif der meiner meinung nach aber sehr selten ist weil das im professionellen umfeld glaube ich selten passiert dass man qualitativ schlechte kurzfilme irgendwo auf der kundenseite einbetten will das hatten sehr beschränkter use case deswegen habe ich mal gerade noch um das mal in zahlen auszudrücken ich habe hier das fotomotiv genommen man sieht leider auf den slides nicht dass das genau gleich aussieht von der qualität her links ist fotomotiv als png recht als jpeg das eine hat 2,1 mb und das andere 1,2 das bild war 1440 pixel breit dann habe ich aus dem jpeg mal noch das webp daneben gehalten das hat 139 kilobyte statt 1,2 mb also der unterschied ist dann doch nicht klein so dass man sich dann durchaus wenn man irgendwie gerade muss hat das durchaus irgendwie einbinden kann deswegen ist webp der gewinner beim fotomotiv hey und dann das beispiel von einer grafik links ist der slide der hier überall auf den monitoren rum rennt einmal als jpeg der hat heute 173 kilobyte und als png hat schon 50 das ist schon mal nicht so ganz schlecht dann habe ich mal die svg daneben gehalten die hat 12 kilobyte das ist dann auch schon wieder deutlich kleiner also sind nur noch 20 prozent und die webp das sieht man jetzt rechts ich habe da die hat noch 14 kilobyte also auch schon ziemlich klein aber die svg gewinnt trotzdem und wir haben bei der svg den vorteil dass sie halt wir können sie beliebig skalieren das ding geht uns nicht kaputt egal wie groß deswegen bei grafiken gewinnt das svg jetzt habt ihr auch zahlen dazu genau ich weiß nicht wir schieben das mal gerade mit dem webp dazwischen wenn man sagt man möchten webp machen weil photoshop kann das prinzipiell erstmal nicht wenn man sich einfach nur die aktuelle cc-version auf dem rechner schießt aber es gibt dafür ein plug-in das kann das dann ist wie mit wenn man ein favicon exportieren will das punkt eco format wird ja prinzipiell auch nicht unterstützt da muss man sich halt ein plug-in reinschieben dann geht's sketch kann es nativ wenn jemand mit sketch arbeitet da kann man bilder ganz normal als webp exportieren ist bei mir inzwischen auch irgendwie so ich verbringe viel zeit meines lebens in sketch damit dann bilder als webp zu exportieren und es gibt google developer dienst webp libraries der kann das auch das ist aber glaube ich kommandozeilen basiert und dann platzt mein kopf weil ich kann nicht entwickeln und es gibt online tools ohne ende also es gibt auch kannst du bilder hochladen fällt webp wieder raus ist also relativ komfortabel genau bitte das weiß ich nicht ich habe keine affinity aber aber es gibt online tools also prinzipiell kriegt man schon in webp umgewandelt wenn einem wirklich was dran liegt dann wäre es ja vom workflow her so den welche ich jetzt mal zeigen wenn wir wer bitte genau das die komprimieren halt im zweifelsfall png dateien die komprimierten png dateien tun sich teils nicht so viel mit den webp dateien aber das ist motiv abhängig also zum meisten sind die webp dateien trotzdem ein bisschen kleiner genau und ich habe jetzt mal so ein beispielhaften bild optimierungs workflow bei mir skizziert wie ich das machen würde hat mir dafür natürlich die journal der seite angeschaut weil ich muss die veranstalter müssen ja nur einen deckel kriegen und war da mal auf der seite location und hotels und habe halt mir in den dev tools mal angeschaut wie groß ist das bild überhaupt was da im im kopfbereich ist und das ist nativ das sieht man hier mit 1920 x 564 pixeln hinterlegt also verhältnismäßig groß gleichzeitig hat mir das sieht man ich habe mir das browserfenster groß und klein gezogen um zu schauen in welchem moment das bild die in größter auflöse also im größten format ausgegeben wird wenn man es dann am ende 880 pixel weil es kann ja sein dass es auf dem desktop nur mit 700 pixel breite ausgegeben wird weil also auf stationären endgeräten weil die seite einfach nicht so breit läuft auf dem ipad pro was mit 1024 pixel breit ist da läuft aber über die komplette breite also man muss immer schauen in welchem auf welchem endgerät wird das bild in der größten physikalischen größe quasi ausgegeben und das waren in dem fall 880 pixel spricht das bild ist prinzipiell erstmal in 1040 pixel zu breit hinterlegt ja bitte retina spielt ja das ist dann nicht 100 prozent scharf aber das kannst du über ein source set abbilden das kommt dann gleich bei der implementierung genau weil das also da wollte ich gleich noch zu bisschen quatschen wie das ist mit retina bildern und so ich habe da so ein bisschen bipolares verhältnis zu genau dann würde ich mir im ersten moment anschauen ist das ein fotomotiv oder ist das eine grafik in dem fall ist relativ offensichtlich dass ein fotomotiv ist sprich für mich kommen die beiden formate jpeg und webp in frage um das bild zu implementieren und zu hinterlegen wie gesagt dann gibt es entsprechende tools um webp ja bitte ich glaube da gibt es gibt es das perfekt sehr gut mega cool im kann auch webp export also wenn jemand mit gimp arbeitet dann hat man darüber auch die problematik gelöst dass man nicht weiß wie man an seine webp dateien kommt genau sonst wie gesagt gibt es tools ohne ende und was ich im nächsten schritt mache also ich würde dann in das programm gehen mit das entsprechend zurecht also die größe zurecht skalieren das halt aus 1920 pixeln nur noch 880 werden photoshop und co können das das sollte machbar sein sonst kommt im nächsten schritt dann das abgespeicherte bild bei mir nochmal in einem zweiten schritt in optimizer es wird schon tiny png gesagt für den apple benutze ich da also als apple user benutze ich image optim das ist ein graphical user interface man hat da einfach ein kleines fenster da kann man per drag and drop aus dem finder dateien reinschieben dann rödelte er ein bisschen dann ist ein grüner haken hinter und die datei ist auf wundersame art und weise deutlichst kleiner kann das auch gleich noch zeigen und das schöne an dem ding ist es gibt halt wie jpeg optimizer tiny png svg also es gibt für verschiedene bildformate verschiedene online tools beispielsweise und image optim ist halt einfach nur ein user interface ein kleines programm auf dem rechner der vereint alles da kannst du alles reinwerfen und er zieht sich dann jeweils quasi die optimierungs algorithmen von den entsprechenden tools und arbeitet da entsprechend drüber für windows ich kann ja nur aus dem aus dem referenz von image optin diese empfehlen halt für windows file optimizer das ist wohl so ziemlich genau dasselbe nur für windows und für linux empfehlen sie trimmage das scheint wohl alles sehr solide zu sein und ist alles immer genau dasselbe man hat ein fenster schmeißt ein bild rein und es kommt ein kleineres bild genau an derselben stelle wieder raus und also ein paar also meistens hat man also als sparnisse je nach bild so zwischen 50 und 90 prozent der bildgröße von vorher also das ist absolut enorm was die da machen unter der haube funktioniert hat mit verschiedenen algorithmen wo beispielsweise bei pixel bildern nicht jeder pixel einzeln hinterlegt wird wenn man klar ist in dem bild sind 200 pixel mit der farbe dann wird der pixel nur einmal quasi gespeichert und dann jeweils referenziert an die anderen stellen und so kann man hat extrem viel bildinformationen einsparen metadaten werden da rausgeschmissen all den kram den eigentlich im web keine kein mensch interessiert genau dazu habe ich ein kleines beispiel wo man das mal sieht ja bitte Imageoption hat eine api da kannst du es bestimmt irgendwie dranhängen Kannst du damit mal sagen fände ich nicht schlecht mach mal stress bei dem finde ich gut wo ist meine maus ist die da ja da ist sie genau ich habe das hier mal gemacht passiert da was macht was ach so die seite genau hier sieht man das bild war vorher um das ergebnis zu sehen waren 195 kilobyte die da geladen worden in dem bild und anschließend waren es als jpeg schon nur noch 57 Kilobyte indem ich die größe angepasst habe und das einmal in den imageoptim geworfen habe und dann wenn man das ganze als webp hinterlegt sind sogar nur 40 kilobyte also 20 prozent bildgröße zu dem was es vorher war das sind ja jetzt nur 160 kilobyte aber wenn man das mit zehn bildern auf der seite hat dann sind es halt anderthalb mb was halt schon definitiven impact hat und deswegen finde ich ist das eine sache die man auf jeden fall offensiv also in angriff nehmen kann seine bilder stets zu optimieren weil es super einfach wir sehen das jetzt bei der implementierung es ist absolut kein hexenwerk man kann es cross browser fähig implementieren so dass man absolut kein risiko hat dass einem das seiten layout kaputt geht ich denke das kennen die meisten das ist einfach die basis für bild implementierung man hat ein image tag man gibt eine wunderbare source an wo halt das bild liegt relativ zur entsprechenden datei oder halten url schmeiß rein was immer ein bild zeigt und hat ein alt text wo halt im besten falle ein beschreibender text zu dem bild ist damit tun wir in sachen barrierefreiheit allen leuten einen riesen gefallen noch seotechnik damit das ist das was wir alle kennen und das bauen wir jetzt kriegen wir das bauen wir um so dass es optimiert in der ausgabe ist vorher bevor wir hier ins detail gehen aber noch ein kurzer einschub zu background images wenn man die optimieren möchte und von implementierung her die optimierung ist genau dasselbe sprich gucken wie groß wird das bild ausgegeben maximal dass diese hintergrund grafik entsprechend zurecht croppen von der größe her in bild optimierungstool der wahl schmeißen fertig was da halt wenn man sagt man hat eine background grafik für den kompletten html body da muss man finde ich sich dann irgendwann die frage also entweder man hinterlegt immer größere bilder aber ich weiß auch nicht ob man leuten damit einen gefallen tut wenn sie auf dem riesen rechner zu hause sitzen da trotzdem irgendwie ein 3mb retina bild reinzuwerfen weil die datenmengen einfach relativ groß sind am ende des tages muss man da finde ich immer projektbezogen die da für sich mit gesunden menschen verstanden mittelmaß finden an kompromiss aus qualität und bildgröße und dann habe ich schon beschrieben wir alle haben kennen diese wunderbaren media queries sprich wir sagen im ersten schritt wenn du lieber background container dein background image ist das background image punkt jpeg lieber browser bist du oder browser bist du größer als 36 em dann ist das folgende background image dein background image und so kann man halt auch verschiedene große hintergrund bilder je nach bildgröße je nach browsergröße einfach laden und kann das damit ganz problemlos abdecken das halt auf handys nur kleine bilder beispielsweise geladen werden dann gibt es noch data uris ich weiß nicht ob das alle kennen das ist da sagt man halt man kann bilder nicht nur als fahrt hinterlegen sondern auch als data uri die werden dann konvertiert in ein bestimmtes base 64 genau dankeschön hat halt den vorteil dass man kein request machen muss weil sonst wenn irgendeine datei geladen wird muss erst ein request geschossen werden datei kommt zurück alle sind glücklich das spart man sich in dem moment gleichzeitig ist es aber so dass diese da also die dateistränge im durchschnitt ungefähr 30 prozent größer sind von der datei menge her also diese daten sind größer als das original bild das heißt man muss sich die frage stellen ergibt das sinn oder nicht wenn ich dann kein request habe aber dafür 300 kilobyte mehr lade ist das halt auch irgendwie so semi hilfreich da muss man halt schauen und das funktioniert auch für background image ansatz ist halt einfach so es gibt auch dafür online converter schmeißt man ein bild hoch kommt eine data uri raus und kann man sich dann einfach als url da rein kopieren fertig ok weiß ich nicht okay danke genau aber jetzt implementierung teil 1 so setzt das ist so quasi die grundlegende technik wenn man sagen möchte man möchte responsive bilder hinterlegen das ganze funktioniert nämlich so das ist ganz cool da werden nämlich bilder je nach also verschiedene bilder je nach bildschirmgröße können ausgegeben werden das ist der falsche das ist nämlich auch der falsche welcher ist denn der richtige kann ich da nicht draufklicken bestimmt oder habe ich das da was steht da das dritte ok genau das funktioniert nämlich so wir haben hier auf voller bildschirm breite haben wir einen zweistöckigen burger dann schieben wir das ganze hoffentlich zusammen ja und dann wird aus dem zweistöckigen burger irgendwann bitte ach so das ist das falsche sorry ich verstehe das problem genau hier ist es sieht er so aus dann schiebt man es zusammen und dann wird er kleiner zum beispiel das kann man mit zur setzen erreichen indem man halt sagt lieber browser je nach bild also je nach größe deines fensters lade bitte das folgende bild muss man hier doppelklicken oder wie funktioniert das start ja das richtig genau der browser support dafür ist ebenfalls ziemlich super der einzige das nicht kann ist der ee 11 ist halt nie muss man sich muss man schauen wie groß da der anteil ist der leute die mit mir auf die seite gehen ob man dann die 1,8 prozent getrost ignoriert dafür früher ein feierabend gehen kann und der rest der leute eine optimierte seite bekommen ähm genau das ganze funktioniert erst mal so man hat ein image tag und darin hinterlegt man ein source set da sagt man in dem fall jetzt es gibt neben dem x auch noch w werte das ist die nächste folie ähm gibt halt den fahrt zur datei an in dem fall jetzt einfach source.jpg und das 1x heißt das ist in einfacher auflösung hinterlegt sprich in 72 dpi was die normale bildschirmauflösung also wenn man normalen bildschirmen sind 72 dpi retina displays sind glaube ich 144 dpi und dann gibt es halt diese hochauflösenden smartphone displays die haben halt bis zu dann 216 dpi ähm und 1x sagt halt einfach 72 dpi 2x sagt doppelt so groß und so kann man halt verschiedene bilder hinterlegen und gibt gleichzeitig damit also gibt dem browser die informationen mit wie groß sie sind ähm und was der browser dann macht der entscheidet nämlich in dem moment das ist das was an source sets im ersten moment ein bisschen verwirrend ist wenn man sich überlegt ich möchte aber genau steuern wann welches bild ausgehen wird source sets eignen sich perfekt dafür dieselben bildmotive in verschiedenen größen zu hinterlegen damit der browser sich selbstständig aussuchen kann welches bild passt am besten also es ist was ich da ein bisschen gemacht habe ich habe nur ich wollte zeigen dass sich was verändert prinzipiell sollte man bei source sets immer dasselbe bild hinterlegen für alles andere nutzt man nämlich den picture tag der kommt danach ähm und so entscheidet halt der browser jetzt selbstständig welches bild das kleinste ist was er verwenden kann was quasi nicht unnötig hochskaliert werden muss und im zweifels nimmt er das größte ähm genau als im hier die source die wird nur dann aufgegriffen wenn keiner der vorher definierten dinge im source set passt und ist entsprechend einfach nur ein fallback das ganze funktioniert neben x und mit w auch und das ist vielleicht ein bisschen greifbarer äh ich habe im source set wieder da ist die source einmal als source jpeg source medium und source big also es sind drei verschiedene varianten die ich von dem bild gemacht habe äh und mit dem w-wert gebe ich den physischen wert äh physischen die physische breite des bildes an ähm sprich dass wenn man bei foto oder bei in der vorschau auf bildinformationen klickt das was da als breiten wert steht ähm sind in dem fall beispielsweise 360w 768 1400w und wenn ich dann wenn der browsers fenster skaliert wird dann sucht der browser sich wieder selbstständig das richtige aus ähm wichtig dabei ist bei den source sets ist eine jetzt kommt mein picture tag sorry vergesst was ich gesagt habe der sucht sich das selber aus und ist dann glücklich wenn er ein passendes findet ähm was es aber noch gibt bei source sets was ziemlich cool ist ist das sizes attribut also neben dem attribut source set sage ich ebenfalls lieber browser das ist ein image tag das sind die folgenden möglichen bilder die du hier raus rendern könntest wenn du nichts davon kannst nimm einfach bitte das da ähm und das bild wird ab einer größe von 768 pixeln also wie ein media query mit 33 vw breite ausgegeben das muss man sich beispielsweise vorstellen wenn man dreispaltige galerie hat dann würde ja jedes bild mit 33 prozent breite ausgegeben werden ähm statt vw können da auch pixel werte stehen also entweder werte die relativ zum viewport sind vw steht für viewport breite äh und wenn der dies heißen nicht greift dann nimm bitte die also 100 vw für alle endgeräte kleiner als 768 pixel würde dann quasi der browser den browser mitgeteilt werden dass die bilder über 100 prozent des bildschirms laufen ähm die sind einfach komma getrennt kann man da reinschmeißen fertig ähm und auf mit den beiden informationen hat der browser ja alles was er braucht um zu wissen welches bild das passende ist er weiß wie breit es ist und er weiß welche Quellen er hat und dann kann er sich aussuchen was am besten passt ähm du gibst darüber nicht die breite an also es ist nicht dass du darüber das styling übernimmst sondern du sagst dem browser ich hab das hier mal jetzt du sagst dem browser halt ähm wie breit es gerendert wird das müsste picture ist hier irgendwo source set plus size ist ne ne oder ne ähm ja dann ist egal ne prinzipiell ist es so oder ne genau also es ist kein styling das ist ganz wichtig mich hat das am anfang auch verwirrt weil ich dachte hey ich hab doch angegeben dass du nur 33 breit also 30 prozent breite haben sollst warum zur hölle bricht du nicht um und dann hat sich aber herausgestellt dass das wirklich nur um die informationsvermittlung gegenüber dem browser geht damit der entscheiden kann welches bild das passendste ist das styling muss nach wie vor über ein media query übernommen werden ursprünglich genau Genau. 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 Genau, und weil das in manchen Fällen, also das Beispiel mit dem Burger, das ist ja dann eher so der Fall Art-Direct, sag ich mal, dass man sagt, für verschiedene Endgeräte möchte ich auch tatsächlich verschiedene Bildmotive hinterlegen. Das kann ja sein, weil zum Beispiel, das beste Beispiel ist ein Header-Bild, das ist dann irgendwie auf dem Desktop, läuft es 1200 mal 400 Pixel von den Maßen her. Wenn man es aber proportional skaliert, ist es halt winzig klein. Und dann wäre es irgendwie schöner, wenn man irgendwie ein Bild hat, was sich eher diesem 9 zu 16 Layout der Smartphones anpasst. Darüber, das kann man über den Picture-Tag steuern. Da sagen wir halt quasi dem Browser, welche Bilder geladen werden sollen, auf Basis von Media-Queries. Dafür, ups, warte, in welche Richtung geht es? So. Der Browser-Support dafür erstmal ist auch ziemlich klasse, also spricht auch absolut nichts dagegen, Picture-Tags zu verwenden, weil Fallback ist Image und es geht nichts kaputt. Das ist immer ganz praktisch. Und das Ganze sieht dann so aus. Das ist ein Picture-Tag. Ganz wichtig, die Dinger funktions, also der Picture-Tag funktioniert in Kombination mit dem Source-Set. Also das ist eine Kombination aus beiden Techniken. Da ist es so, der Browser geht in den Picture-Tag rein und man kann verschiedene Sources hinterlegen. Das sind in dem Fall die Zeilen 2 bis 4. und über ein entsprechendes Media-Attribut halt sagen, wann die, also ähnlich wie mit CSS, wann das entsprechende Source-Set dahinter geladen werden soll. In dem Fall sage ich, lieber Browser, wenn deine MinWrith 80EM ist, lade bitte das Source-Set Image Big JPEG. Da ist jetzt aktuell nur ein Bild hinterlegt, aber dann würde er jetzt in dem Fall das große Bild ausgeben. Ab einer MinWrith von 50EM würde er das Medium ausgeben und so weiter und so fort. Und man muss, was wichtig ist, der geht in den Picture-Tag rein und die Sources von oben nach unten durch. Also die Source, die zuerst genannt wird und passt, die wird genommen. Wenn er jetzt deswegen, Beispiel, der Browser ist 90EM breit, das Browser-Fenster, dann würde er das erste Fenster nehmen, weil nach 80EM, das hat gepasst, ich habe meine Quelle, danke. Deswegen muss man es quasi von groß zu klein anordnen, weil er sonst, also MinWrith 0 würde ja auch greifen und dann wird er danach nicht mehr das große Bild laden. Das ist da ganz wichtig, dass man das im Kopf hat. Und wieder als Fallback wird ganz normal einfach ein Image hinterlegt, das heißt, alle Browser, die keinen Picture-Tag unterstützen, laden in dem Fall einfach unser Fallback. So viel dazu. Und genau, das ist dann die Kombination. Deswegen, darüber kann man es halt machen, dass man sagt, ab einer gewissen Breite lade das folgende Source-Set mit den und den Bildern. Das heißt, man steuert über den Picture-Tag, welches Motiv rausgegeben wird oder rausgegeben werden soll und über das Source-Set bestimmt man die Qualität des Bildes oder die Größe des Bildes, die ausgegeben wird. Ist das halbwegs verständlich? Ja, nein, vielleicht was, oder wenn ihr Fragen habt, fragt los, dafür stehe ich hier rum. Ja, bitte. Und auch mit der Technik könnte ich das jetzt zum Beispiel ein Wohlkampffild ausgeben. Genau, man kann damit... Ja, ganz genau. Also du kannst damit, was du in die Sources reinschmeißt, ist prinzipiell völlig egal. Das ist der Picture-Tag, ne? Hier sieht man das halt. Hier habe ich halt gesagt, lieber Browser, ab einer Mündel von 80 EM, schmeiß mir den großen Burger raus. Das ist der, der da aktuell zu sehen ist. Und ab einer Mündel von 50 EM, wenn er an 80 nicht mehr greift, dann gebe mir bitte den Burger raus, der eins kleiner ist. Tada. Genau, und hier gibt er dann ganz klein raus, wenn man ganz wenig Hunger hat. Aber die Logik dahinter ist halt, über die Sources das Motiv und über das Source-Set die Qualität des Bildes. Und, wo ist meine Maus da? Ja. Und genau, auch hier ist wieder ein Sizes-Attribut mit drin, das funktioniert, also die Source-Sets sind einfach nur ein Teil vom Picture in dem Moment. Und das funktioniert 1a. Und ist halt, man kann damit sehr genau bestimmen, welches Bild geladen wird und vor allem in welcher Qualität. Und da soll man quasi immer das Optimum. und das funktioniert verrückterweise ziemlich gut. So viel dazu. Das heißt, wir sind jetzt, wenn er eine Frage fragt, das ist quasi die Implementierung, wie man heutzutage State of the Art ein Bild implementieren sollte. Das ist halt ein Haufen Arbeit, aber das ist die Möglichkeit, die wir haben. Wenn wir wissen, wir müssen keine unterschiedlichen Motive rausrendern, sondern nur, wollen nur, in Anführungsstrichen, unsere Bilder in unterschiedlicher Qualität hinterlegen, dann können wir auch nur ein Source-Set nehmen. Wenn wir aber wissen, wir wollen mit dem Bild spielen, sage ich mal, dann müssen wir ein Picture-Tag nehmen, um halt die Sicherheit zu haben, dass auch wirklich das ausgegeben wird, was wir an der Stelle wollen. Ja, bitte. Das geht noch mal kurz für den Erstellprozess. Also, wir haben eine Bildung bei uns, die spielen 940 mal 1080, wo zumindest kann man sich dann in Photoshop aus der Endmark und gibt es dann als J-Tag wieder mit 100% verendet aus. J-Pag gibt ja 12 Stufen dann an. Ich mache es meistens mit Stufe 10, das ist die niedrigste Maximalstufe. Ja, ein bisschen schon, aber das ist halt dann, da wird was raus komprimiert, das ist aber visuell kaum bemerkbar. Vor allen Dingen nicht, wenn man nicht das andere Bild daneben hält und weiß, was eigentlich die Quelle war. Der Endnutzer hat ja nie gesehen. Genau, dann schmeiße ich mir das raus, speichere mir das irgendwo hin. Wenn du sagst, für Web exportieren kannst du es ja theoretisch direkt in verschiedenen Größen die rausschmeißen lassen. Entsprechend halt, wenn du weißt, ich möchte ein Source-Set anlegen. Nehme mir dann die Bilder, schmeiße die in Bild-Optimierungs-XYZ und lade sie dann hoch und implementiere halt das Ganze im Code. Das sind da so die gängigen Schritte. Also wie gesagt, wenn ich zum Beispiel da die Header-Grafik, die am Ende irgendwie noch 50 Kilobyte mit dem JPEG hatte, die hatte vor der Optimierung in Image-Optin immer noch 90 oder so oder 95, also es waren nochmal 50 Prozent, fast die rausgerendert würden und diese Programme, man merkt dann auch, dass der Rechner versucht abzuheben, weil der so viel am Rechnen ist, aber die machen einen verdammt guten Job. Also das ist enorm, was die rausholen. Das ist absolut geisteskrieg. Ne, das ist tatsächlich, die haben halt Algorithmen unter der Haube, wo beispielsweise, also normal, du speicherst ein JPEG, dann wird hinterlegt, Position X3, Y4, Farbwert. Position 5, Farbwert und dann ist es zum Beispiel so, dass nur noch die Differenz zum vorherigen Pixel berechnet wird, anstatt dass der komplette Pixel berechnet wird. Darüber kann man dann auf Mikroebene halt eine Menge einsparen, genauso wie Pixel referenziert werden, anstatt jedes Mal neu gerechnet. Also wenn eine riesen schwarze Fläche ist, dann wird halt nicht jedes Mal gesagt, Pixel, schwarz, Pixel, schwarz, dann wird gesagt, Pixel, schwarz und die nachfolgenden in der Richtung alle schwarz. Dann ist das halt einfach weniger Information. Wie das genau funktioniert, dazu gibt es einen super spannenden Vortrag von einem Menschen, der entdeckt hat, dass bei einem großen Scanner und Drucker, bei einem großen Scanner und Druckerhersteller, der Scan nicht richtig funktioniert, weil es gibt auch so eine, da wird quasi der Text gescannt und dann, wenn klar ist, es könnte eine A oder eine 4 sein, dann wurde da mehr oder weniger zufällig ein A oder eine 4 rausgegeben und darüber ist aktuell, also das war ein paar Jahre her und es ist immer noch so, das wurde auch von Behörden benutzt, dass man gar nicht mehr nachverfolgen kann, welcher der gescannten Dokumente überhaupt ein Original ist. Also da haben super viele Leute theoretisch auch kein Scanner. Genau, das ist super spannend. Man denkt auch nur so, ist nicht passiert, ist nicht passiert. Ja, ist passiert. Ja, bitte? Wenn du gesagt, Web-Source-Set verwenden würde, würde ich das oben ein Info-Set angeben und oben das Fallback und das Fallback? Genau, also Fallback immer, JPEG oder PNG, wenn man halt sicherstellen will, dass das Ganze auch im IE irgendwas rendert und im Safari. Aber genau, so kannst du über Source-Set halt theoretisch auch das WP in drei verschiedenen Größen und das JPEG in drei verschiedenen Größen, er nimmt sich das, was passt und was er ausgeben kann. Genau, Type-Web-P steht dann dabei. Aber, genau, prinzipiell funktioniert das mit Web-P ganz genauso. Das ist, genau, dann gibt es aber, ja bitte, ah, fünf Minuten, da kriegen wir hin, kein Problem. Lazy-Loading, danke Google, sage ich dazu, es gibt nämlich jetzt, weiß jeder, was Lazy-Loading ist? Das ist ja, Bilder werden erst dann geladen, wenn sie in den Viewport kommen und nicht von Anfang an alle, weil wenn man so eine Galerie mit 200 Bildern hat, ist das verhältnismäßig unpraktisch, wenn erst mal 200 Bilder geladen werden. Es gibt jetzt Native Lazy-Loading, Google sei Dank und das funktioniert über dieses wunderbar einfache Attribut Loading Lazy, tada, Problem an der ganzen Kiste, ihr braucht keine Fotos machen, so richtig. Es kommt was, das wird euch frustrieren, nämlich, das hier ist frustrierend, das ist nämlich der Browser-Support von Lazy-Loading. Das ist halt, ich sag mal, relativ überschaubar, wenn das Ganze nur der Chrome hat und es verhältnismäßig wenig praktikabel. Das ist ja dann schön und gut, aber halt irgendwie nicht so richtig schön und gut. Hier habe ich übrigens gezeigt, dass das mit Picture wird es genauso funktionieren, also man wird einfach in den Picture-Tag-Loading Lazy reinschreiben. Das funktioniert mit allen Bild-Tags, also Image, Picture, Source-Set und mit Iframes funktioniert das native Lazy-Loading. Das kann aber jetzt nicht so richtig Sinn der Sache sein, deswegen kann man, Lazy-Loading wird ja eigentlich irgendwie per JavaScript umgesetzt. Man hat halt den Viewport, hat die Website und dann gibt es den Intersection-Observer, die Intersection-Observer-API, das ist halt eine JavaScript-API, die prüft halt, wie, ob Elemente im Viewport sind oder wie weit sie davon weg sind und wenn dann klar ist, hey, Element ist im Viewport, dann wird es nachgeladen. Dazu gibt es zuhauf Libraries ohne Ende. Ich habe in dem Fall jetzt Lazy-Sizes genommen, das Open Source auf GitHub und vom Prinzip her ist es so, dass man einen Image-Tag hat, man hinterlegt eine Data-Source, das ist quasi das, was geladen werden sollte und fügt eine Class Lazy-Load hinzu. Das ist quasi der Unterschied zum normalen Image-Tag. Hier habe ich auch noch das normale Loading Lazy drin. Jetzt ist natürlich, also mit einem Picture-Tag funktioniert es dann genauso, man würde halt statt, oh genau, sorry, in die Richtung geht es. Hä, wo bin ich? Egal. Genau, würde es so funktionieren, dass man halt, man muss die Class Lazy-Load hinzufügen und dann würde das Bild per JavaScript nachgeladen werden. Hat man aber natürlich die Riesenproblematik, dass man sich im Zweifelsfall, wenn es ein Google Chrome ist, der die Seite aufruft, dann lädt man sich die JavaScript-Library da rein, ohne Not. Also, why? Ergibt keinen Sinn, brauche ich nicht. So, dann kämpft da ein natives Lazy-Loading gegen das von JavaScript. Das ist halt Quatsch. Deswegen, muss ich gucken, in welche Richtung ich gehe, habe ich das Ganze mal cross-browser-fähig gemacht. Und zwar ist es so, dass ich checke, oh, wo muss ich hin? Da. Ich checke halt, wird Loading unterstützt? Wenn ja, klasse, nimm alle Bilder mit Loading Lazy und mache aus der Data-Source, die wir vorher angegeben haben, einfach eine normale Source. Und dann, wenn nicht, dann lad bitte das Script nach und alles ist tutti. Ich mache die Slides gleich irgendwie online erreichbar, dann könnt ihr euch das rauskopieren. Aber damit lädt man halt dann die Bilder nur per JavaScript nach, wenn es auch notwendig ist und nicht, bleibt nicht auf das Native zurück. Und dann ist natürlich die Frage, in einer Minute, wie kann man das Ganze in Joomla implementieren, weil wir sind auf dem Joomla-Day, wir alle lieben Joomla, Joomla ist toll. Besonders cool ist der JCE. JCE ist der Shit. Weil der macht uns die Implementierung von so Source-Sets ganz schön einfach und auch selbst für Leute mit absolut keinem technischen Hintergrund, wie beispielsweise unsere geliebten Redakteurskunden. Ganz einfach. Und zwar ist es so, ich nehme mir ein Bild, in dem Fall habe ich die Grafik Base hochgeladen, im Media Manager vom JCE einfach. Ganz normal, wenn man ein Bild hochlädt. Und dann kann man ja hier unten schon mal beim JCE, bei den Image Opt-ins sagen, ich möchte das Bild resizen und kann verschiedene Größen angeben, in denen das Bild hochgeladen werden soll. Das erkennt man so wunderbar gut auf dem Beamer und könnte halt entsprechend einen Suffix hinten dranhängen. Ich habe das dann jetzt mal hochgeladen und dann sehe ich, ich habe meine Grafik Base hochgeladen, meine Grafik Base LG, Grafik Base MD, Grafik Base SM. Also vier verschiedene Bildvarianten mit einem Upload. Ich muss mich um nichts kümmern. Einziger Nachteil an der Stelle ist es, natürlich sind die gecropten Varianten nicht noch irgendwie noch mal in den Image Opt-in oder so gelaufen. Aber es ist immerhin schon mal ein Source Set und der Vorteil überwiegt da meiner Meinung nach deutlich. Und dann ist es so, dann sieht man hier diesen Reiter Responsive und der macht es richtig cool, weil wenn man da drauf klickt, dann kann man verschiedene, hier steht Source auf der linken Seite, kann man verschiedene Bilder hinterlegen, man kann über das Plus-Icon beliebig viele hinzufügen und kann hier einen W oder einen X-Wert angeben. Das ist das, was wir eben gesehen haben beim Source Set, entweder die Breite des Bildes oder die Auflösung. Klickt dann auf, in dem Fall jetzt Update und was rausfällt, ist ein perfektes Source Set inklusive Sizes. Also die Sizes kann man auch angeben, Komma getrennt, so dass man ein komplett sauberes Source Set im JCE, im Editor implementieren kann, ohne dass der Redakteur weint, weil er sich vorher in Photoshop vier verschiedene Größen rausrendern muss und sowieso keine Ahnung hat, wie man ein Source Set vom Code her schreibt. Das macht einem das Leben da sehr leicht. Genau. Ich bin durch, gibt es dazu Fragen? Hehe. Du kannst ja, genau, ich meine, der Media Manager macht das allgemein möglich, den Bildern eine Klasse zu geben, wenn ich mich richtig dran erinnere. Aber kann auch sein, dass ich mich irre. Genau, und da kannst du, Also prinzipiell ist im Media Manager ist das ziemlich geil und Picture und Source Set sind halt absolut super, weil die sind robust, die machen nichts kaputt. Das Einzige, was passieren kann, im schlimmsten Fall, ist, dass da an der Stelle einfach ein Bild geladen werden würde, was da vorher auch geladen werden würde und das bringt halt keinen um und deswegen nutzen, 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 machen, ist gut. Ja, bitte? Ich weiß es nicht, weil ich kenne die Free-Version nicht, es müsste die Pro-Version sein dann, ne? da kann ich, ja, bitte. Ja. Prinzipiell, wenn das von der, vom Grafik, also wenn das erfordert ist, um das Design umzusetzen, dann, Ich bin für Fragen hier, wir können das gerne im 1 gegen 1, 1 zu 1 klären und genau, also die Code-Beispiele sind bei CodePen, ich twitter gleich den Link oder sowas, sonst gibt da El Yadin ein, dann findet ihr mich und die Slides lade ich gleich auch irgendwo hoch und dann könnt ihr euch das angucken und die, gerne, tschüss. Applaus